Hallo, euer Kapo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Wellens. Opening Time. Es ist soweit, wir bekommen, wenn wir Glück haben, heute einen neuen Leggy. Denn es ist die Chance, aufstrebende Beschwörung garantiert ein neuer Leggy. Also sobald ihr ein Leggy beschwört, wird es garantiert ein neuer sein, den ihr noch nicht habt. Ich habe jetzt hier 50 blaue und noch ein bisschen Diamanten. Wir öffnen so lange, bis wir ein Leggy bekommen, denn es wird garantiert ein neuer. Und da bin ich mal echt gespannt. Da ich schon relativ viel habe, ist die Auswahl da nicht ganz so groß mehr. Und da bin ich echt gespannt, was das für ein Leggy wird. Fangen wir an. Los geht's. Zwei einzelne Beschwörungen erstmal. Ja, also wie gesagt, ich bin da richtig, richtig gespannt, ob ich überhaupt einen bekomme. Ich bin von Pity weit entfernt. Wir hoffen einfach, dass wir Glück haben. Vielleicht schon bei den 50 Splittern, das wäre natürlich mega. Jörg, den habe ich noch gar nicht. Super perfekt. Das ist schon mal mega. Schon mal der neue Epic. Den habe ich noch gar nicht. Perfekt. Und dann noch 50 Stück. Los geht's. Wir probieren, ein Leggy zu bekommen. Und dann sind wir echt gespannt, was das für einer sein wird. Ich hoffe, ich muss nicht so viel Diamanten öffnen. Ich wollte mir eigentlich zum Einjährigen ein paar Diamanten aufsparen. Aber es kommt jetzt zur Zeit jede Woche was Neues, sodass das nicht so einfach ist. So, vielleicht wird es schon golden. Mal gucken. Nein, es wird nicht mal lila. Weiter geht's. Und? Ja! Garantiert ein neuer Leggy. Und das ist super. Dann kann ich die Restsplitter nämlich sparen. Jetzt bin ich gespannt, wer das wird. Nicht euer Ernst. Den habe ich noch nicht. Das wundert mich eigentlich, weil ich dachte, ich habe den schon mal gehabt. Nicht so schön. Schade. Aber man kann es nicht ändern. Man kann es sich ja nicht aussuchen. Aber es ist definitiv ein neuer. Aber ich dachte, dass ich den schon gehabt hätte. Ja. Falsch gedacht. Schade. Aber gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Es ist ein neuer Leggy. Dann können wir uns die restlichen Splitter nämlich sparen. So. Ah, ist leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber wir öffnen jetzt noch hier die sechs uralten. Denn die spare ich echt nicht mehr mittlerweile. Denn ich kriege da vorm Pity eh kein Leggy. Noch nie bekommen. Und deswegen machen wir die noch auf. Oh. Was ist hier los? Uredin. Ich habe noch nie. Ich habe bis jetzt zweimal Ajax bekommen. Ich habe dieses Jahr generell noch nie ein Leggy bekommen vorher. Was ist jetzt los? Uredin. Der soll ja wirklich gut sein. Also da bin ich mal echt gespannt. Krass. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen verblüfft. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich werde aber die drei jetzt hier trotzdem noch öffnen. Morena. Also haben wir ja doch alles richtig gemacht, dass wir jetzt einfach mal sinnlos geöffnet haben. Ohne dass hier irgendein Event ist bei den Uralten. Haben wir ja trotzdem alles richtig gemacht. Ja. Und morgen probiere ich mit den Goldenen definitiv noch Erroganz zu bekommen. Da bin ich echt gespannt drauf. Morgen geht es los. Götterbeschwörung. Erroganz. Erroganz. Da freue ich mich drauf. Und da habe ich echt Bock drauf. Ja. Also bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass ich ihn bekommen habe. Wie gesagt. Ich habe noch nie vorm Pity was bei den Uralten bekommen. Also das ist jetzt schon echt krass. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Hier ist er. Wahnsinn. 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 Er soll ja wirklich richtig, richtig gut sein. In verschiedenen Gebieten. Gerade im Ausrüstungsdungeon. Da werde ich ihn auf jeden Fall mal testen. Boah. Also das finde ich jetzt richtig, richtig genial. Und ja. Den neuen. Wo ist er? Hier. Er ist hoher. Habe ich selbst. Aber der ist nicht so gut. Ja. Verteidiger brauche ich aber auch an sich nicht. Aber es ist ein neuer Schempp. Wollen wir uns am Ende des Tages erstmal nicht beschweren. Ja. Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon gerade haltet. Beziehungsweise einfach mal, was ihr gezwungen habt. Würde mich echt mal interessieren. Und ansonsten schaut auch gerne bei mir mit dem Partner Holy Energy rein. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Plus meine Rabattcodes. Wer noch eine gesündere Alternative im Energy-Bereich, Eistee-Bereich oder Sportgetränk sucht. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.